Redmond gegen Polersbeck. Er hat ihn! Julian Polersbeck hat ihn! Und Deutschland steht im Finale! Was ist das für ein abgezockter Typ dieser Julian Polersbeck? Und die Geschichte wird weiter geschrieben. Die Geschichte wird in der dritten Minute gespielt. Hier Polter vor Polersbeck, der macht sich ganz groß. Direkt im Vorwärtsgang in der dritten Minute. Der erste Test für Polersbeck des ersten FC Kaiserslautern. Lautern zog sich zurück. Kutschke mit der riesen Chance, aber großartig von Polersbeck gehalten. Danke Julian! Das kommt Pellegrini und Polersbeck! Polersbeck zum dritten Mal richtig stark. Hartes Herz, gute Bewegung, toller Schuss, aber Polersbeck wiegt! Der wird zu hoch. Verschillig! Komladic mit der zwölf wird ausführen. Polersbeck! Wow, das war ein Knaller! Schumpa, 34. Spiel, Minutze, Staudescheizer, Nachschuss, Himlein und zweimal Polersbeck! Polersbeck! Julian Polersbeck! Julian Polersbeck darf sich als erstes Mal so richtig auszeichnen. Gray startet, bekommt den Ball. Koljan hinterher, Gray, Koljan blockt den zweiter Versuch, Polersbeck! Das ist der Fußball, deswegen schaffen wir den Fußball, deswegen spielen wir Fußball, deswegen leben wir Fußball und ich glaube, es war einfach geil heute. Ja und dazu mehr, liegen wir los! Julian Polersbeck